Hallo, ich bin der Gustavo, verantwortlich für die Studieabteilung bei Evento PSC. Evento produziert massgeschneiderte Multimedia-Shows und stattet diese mit Licht, Video, Ton, Rigging und Sonderbau aus. Wir befinden uns hier im Studio 01. Hier dreht sich alles um die Umsetzung von Kundenwünsche in der virtuellen Realität. Unsere neueste Show ist die Andrea Berg Mosaic Live Arena Tour. Wir waren lange auf der Suche nach einer Software, die uns alle Features bietet und dabei die Performance nicht aus den Augen verliert. Deepense 2 gibt uns die Möglichkeit, unseren Workflow effizient zu gestalten und Aufgaben im Team zu verteilen. Beim Arbeiten mit einer Software sind die Anforderungen klar. Sie muss schnell sein, sie muss stabil sein und vor allem realistische Ergebnisse liefern. Wir müssen in der Lage sein, die modernste Hardware so effizient wie möglich zu nutzen. Deepense 2 kann uns all das bieten und deckt unsere Ansprüche an Performance, Stabilität und Realismus umfassend ab. Besonders wichtig ist die korrekte Darstellung der Funktionsvielfalt moderner Scheinwerfer. Im Gegensatz zu anderen Softwarelösungen bietet Deepense 2 ein ganzheitliches System. Die Showproduktion im Studio ist genau durchgeplant. Sobald dem Kunden die ersten Entwürfe gefallen, werden diese in Vectorworks übertragen. Die MVR-Schnittstelle funktioniert reibungslos. Das ermöglicht uns einen großartigen Workflow. Die Echstein-Visualisierung in Deepense 2 überzeugt auf ganzer Linie. In unserer neuesten Show benutzen wir Feuer, Bodennebel und Bubble Masters. All diese Effekte könnten wir ohne die Partikel-Engine nicht so realitätsnah visualisieren. Dazu sind besonders das Pre-Programming und die daraus resultierenden Präsentationen für den Kunden zu betonen. Dadurch können wir den Kunden hochqualitative Designs schon im Vorfeld anbieten. Die Show dauert knappe 3 Stunden, aufgeteilt in 4 Themenwelten. Jede Themenwelt hat einen eigenen Stil beim Licht, Video und Set. Wir haben 190 Pictures dabei, diese wurden extra von Synchronom gefügt. Somit konnten wir im Studio reale Verhältnisse schaffen. Eine Besonderheit liegt hier bei den großen LED-Walls. Bis auf die Pyroschüsse konnten wir alle wichtige Show-Elemente simulieren. Wir sind froh darüber, dass wir mit Synchronom einen starken Partner in Deutschland haben. Bei Fragen reicht in den meisten Fällen eine E-Mail und schon hat man eine Lösung parat. Das Team dahinter ist sehr bemüht und die Qualität stimmt. Previous Produkte machen mittlerweile einen ernstzunehmenden Anteil der Show-Produktion aus. Synchronom haben das erkannt und Defense 2 ist in unseren Augen der attraktivste Visualizer auf dem Markt. Synchronom. Synchronom Juice. Mikro Moins.